Die Band, die seit den 1970er Jahren die Musikszene dominiert, zeigte einmal mehr, dass sie noch lange nicht zum alten Eisen gehört. Sänger Brian Johnson, mittlerweile 76 Jahre alt, ließ es sich nicht nehmen, die Massen mit seiner markanten Stimme zu begeistern. Unterstützt wurde er von Gitarrist Angus Young, der in bekannter Schuluniform nicht nur musikalisch, sondern auch optisch zum Markenzeichen der Band gehört. Die Setlist des Abends bot eine ausgewogene Mischung aus Klassikern und jüngeren Titeln. Stücke wie Back in Black, Thunderstruck, Highway to Hell und You Shook Me All Night Long brachten die Arena zum Beben. Die magische Atmosphäre war förmlich spürbar, als die Fans jede Zeile mitsangen und die ikonischen Gitarren-Riffs Angus Youngs sie in Ekstase versetzten. Besonders beeindruckend war dabei die Bühnenshow. Mit aufwendiger Lichttechnik, Pyrotechnik und einer gigantischen Videoleinwand wurde das Konzert zu einem visuellen Erlebnis, das die Musik perfekt untermalte. Auch das bekannte Glockengeläut zu Beginn von Hell's Bells sorgte für Gänsehautmomente und ließ das Publikum in eine andere Welt eintauchen. In sozialen Netzwerken wie Twitter und Instagram überschlagen sich seitdem die Kommentare der begeisterten Konzertbesucher. Viele loben die unverwechselbare Energie der Band und die beeindruckende Bühnen-Performance. Auf Facebook schrieb ein Fan, das war das beste Konzert meines Lebens. ICDC hat die Hütte komplett abgerissen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann, selbst ein bekennender Rock-Fan, war auch unter den Gästen. Vor dem Konzert traf er sich sogar kurz mit den Bandmitgliedern. In einem Interview mit SWR erklärte er, es ist faszinierend zu sehen, wie ACDC über so viele Jahre hinweg Generationen verbindet. This concert shows that Rock'n'Roll never gets old. For Kretschmann, the evening was not only a musical highlight, but also an emotional moment. I have listened to this band since my youth and now I can show them to my grandchildren. Das ist unglaublich, sagte er und fügte schmunzelnd hinzu, dass er den Bandmitgliedern sogar eine Einladung ins Staatsministerium ausgesprochen habe. Wenn ACDC das nächste Mal in Stuttgart sind, soll ein Besuch im Staatsministerium auf jeden Fall eingeplant werden. Das Konzert in Stuttgart war Teil der aktuellen Welttournee von ACDC und sicher ein Highlight sowohl für die Band als auch für die Fans. Es bleibt abzuwarten, ob die Band in den kommenden Jahren noch einmal auf Tour geht. Aber eines ist sicher, die Erinnerung an diesen unvergesslichen Abend wird lange im Gedächtnis der Fans bleiben. Quellen SWR, Twitter, Facebook. Autor mit Datum Anita Farke, Donnerstag 18. Juli 24.